Guten Morgen liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Ich bin nämlich gerade dabei und habe hier mit einem Screen Capture Programm gekämpft. Das war total tragisch und schlimm. Also Speckwursti YouTube, subscribe Speckwursti und ich werde jetzt mal versuchen, dass ich hier das so hinkriege, dass man das dann halt auch sehen kann, eventuell, was ich hier so mache. Erstmal sieht man mich jetzt hier in meinem Zimmer. Hello, ich bin gerade dabei und spiele ein Computerspiel. Und zwar bin ich gerade dabei und spiele Zivilisation, eins meiner Lieblingsspiele, welches ich aber leider nicht so einfangen kann mit meiner Ausrüstung, dass es halt bildausfüllend ist. Da muss man halt so mitleben. Zivi ist eins meiner Lieblingsspiele, weil man damit halt Strategie spielen kann und man kann unterwegs sein, um andere fertig zu machen, also Armeen aufbauen und strategisch halt alles niedermetzeln. Meine Lieblingsgeschichte bei Zivi ist allerdings der Wissenschaftssieg und der Weltraumsieg, weil das langwierig ist und da kann man halt für sich spielen, muss nicht so ultra viel immer so investieren für unnützes Scheißzeug wie Krieg, was dann halt echt viel Kohle kostet. Und wenn man gewonnen hat, hat man das Gefühl, dass man halt für alle quasi gewonnen hat. Man war halt ein bisschen da voraus. Ein Punkt dabei ist, was ich eigentlich noch erzählen wollte bei diesem Livestream, das ist jetzt so ein bisschen untergegangen, ist, dass ich nämlich am Wochenende, am Sonntag mit meiner Europa-Fahne, die hinter mir hängt und von meinem Kopf verdeckt wird, in der Stadt unterwegs gewesen bin. Da habe ich wegen Pulse of Europe meine Fahne durch den Marktplatz getragen. Das war eine Videoaktion, weil ich halt auf die Aufzeichnungen der Webcam am Markt zurückgreifen wollte, die ich halt hier jetzt auch noch gesichert habe, allerdings noch nirgends eingebaut habe. Und dieses Videoprojekt werde ich fortsetzen. Also ich werde am Sonntag höchstwahrscheinlich, wenn es mir dann gelingt, mit meiner Fahne und meinem Handy lockerflockig durch die Stadt gehen, weil ich nämlich lieber Interviews einsammeln möchte. Also ich gehe ganz alleine, es ist keine Versammlung, aber das ist halt nur so eine Idee, die ich hatte, dass ich halt durch die Stadt laufe und mich bei den Leuten erkundige, ob sie mir kurz und prägnant sagen können, was bedeutet Europa für dich oder für sie? Und diese Frage würde ich halt ganz am Anfang einmal produzieren und in die Kamera sprechen und dann nach Möglichkeit die ganzen Antworten knackig hintereinander abspielen, um für das Wochenende dann halt wieder ein Video produzieren zu können und da bin ich dann halt so dabei, dass ich hoffe, dass das gelingt, weil ich muss gucken natürlich, ob auch jemand in der Stadt unterwegs ist und dann mache ich halt einen Spaziergang, wahrscheinlich von Eisdiele zu Eisdiele, um auch zu gucken, was die halt für Angebote haben. Das Wetter wird ja hoffentlich wieder besser, es war ja schon sehr, sehr warm und dann gucken wir einfach mal, was dabei rumkommt. Und übrigens, es bleibt dabei, den Channel bitte abonnieren, ich sammle Abonnenten und Ideen und Anregungen gerne immer in die Kommentare und das Video natürlich teilen, weil ich mich über Verbreitung natürlich immer sehr, sehr freue. Ich mache hier mal in die nächste Runde und werde mal gucken, ob diese Aufnahme etwas besser gelungen ist, weil ich musste mit meinen Einstellungen ganz schön zurückfahren. Ich befürchte nämlich, dass diese Geschichte so aussieht, dass ich diese Aufnahme so ziemlich werde vergessen können, aber das Wochenende vergesse ich nicht und wie gesagt, da bin ich halt unterwegs und gucke, ob ich jemanden treffe. Den Channel abonnieren und den Film teilen nicht vergessen. Das war es jetzt von hier und ich mache hier noch ein bisschen weiter meine Forschung, die ich hier jetzt gleich auswählen werde und ich wünsche allen einen schönen Abend. Tschüssi! Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft, das Video bis zum Ende zu schauen. Vergessen Sie nicht, den Channel zu abonnieren und über einen netten Kommentar freue ich mich auch immer. Hier sind noch zwei Vorschläge, die jetzt unbedingt angeklickt werden wollen und ab und zu mal im Channel vorbeischauen.